Hallo, meine Damen und Herren, hier ist der Emo. Ich sage noch, ich bin putz-hässig, putz-hässig! Hure Drecks-Bundesrat, Mann! Soll endlich mal die Hure Beiten, die Hure Gastron mal auftun, ey! Wir haben heute gesehen, bei der Frau da, die aufgetaucht hat und so, die gebrillt hat und so, die vor der Medien war und so. Nein, das kann es im Fall echt nicht sein. Hör, die Hure Beiten verlumpen, Mann! Ich habe es ja gestern schon gesagt, in meinen Videos, ich habe es ja gestern schon gesagt, verdammt nochmal, das meine ich im Fall ernst. Ähm, 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 Altersheim, Pflegeheim und so. Die sollten zusammen schliessen, also kein Besuch dürfen kommen. Die Verlaube nicht, ich habe es immer geschafft, die verdienen immer. Die Wirtschaft beitzt und so, die gehen kaputt. Und, sorry, ich meine, ich finde Frechheit. Das Restaurant im Bundeshaus, das darf doch wieder offen bleiben, Alter. Und beitzt da, ähm, in der Umgebung, in der Schweiz, müssen sie schliessen. Ich finde Frechheit. Und wir dürfen arbeiten, wir können Lohn über, die Restaurants sind dazu, das finde ich auch witz. Und wir sitzen auch aufeinander, wenn wir arbeiten und so. Vor allem wir in der geschützten Weltstadt. Ich will es einfach bodenlose Frechheit haben, das kann es einfach nicht ziehen, im Fall. Ähm, das kann es auch echt nicht sein. Gott verdammt mich, siehe ich noch nochmal. Ich muss wirklich mal auf die Beine gehen, dem uren Bundesrat, der mal die Meinung sagen, ich schreibe dem uren, uren, uren Haarschlag von einem Bundesrat. Und wer das Gefühl hat, ähm, wer dem Bundesrat recht gibt, ist von mir, ist von mir der fertige Schafsäcke. Wer, wer, wer recht gibt. Und die Wirtschaft geht nur kaputt, die Wirtschaft. Ja, machen wir nur noch so weiter. Die Schweiz, wie ein Wirtschaftsland, ist ja auch immer noch damit, es läuft gut in der Wirtschaft und so. Ja, sieht man es ja nicht mal. Das ist nicht der Bundesrat selber geschaut, dann müsst ihr nicht jammern. Es ist einfach nur Himmel traurig. Es ist einfach Himmel traurig. Sorry, dass ich das sage. Gibt es da in der Schweiz eigentlich noch normale Leute? Gibt es da auf dieser Welt noch normale Leute, auf dieser Kugel? Da kann es einem Fall echt nicht ziehen, im Fall. Ja, sorry. Gibt es auf dieser Welt noch normale Leute? Kann man das irgendjemand sourceshäge? Ne, inte zu,rem Idioten? Wegen ein Yani, wegen soter Gripple Die Haare schießen und so. Ja, gitt es das mal? Oder wie? Nein, das macht mich putz-hässig. Es macht mich PETZ-HÄDS-VIVFEĞ teil. Ähm, ich sage dem Fall vraiment tentz-hässig, Mann. Und ich will noch Wochenend, auf den Beinen kommen und sagen zu ihm denrauen Persen, ey, eh. Persen, du bist ja fertig? Mehhh.